Wir haben vorbequem Unterricht. Invention prädiktiert. Das ist wie ein 747, das ist. Das war ich dachte, es ist wie ein Jet Aeroplane ist. Ich bin sicher, es ist kein Gas Turbine in da. Das ist eigentlich etwas anders. Ja, also, wenn man die Bräke ist, wenn man die Bräke hat, dann hat man die Bräke an. Das ist gut, wenn man keinen Bräke hat, wenn man den Bräke ist. Oh, das ist die Bräke an. Wenn ihr euch ruft, dann geht es um den Bräkeln. Ich brauche nicht nur den Bräkeln. Aber ich habe mir die Bräke an. Brings her for wimps, das... Should have been an optional extra. You just stay there on that side, Wade. Oh, we had one yesterday, I was in 27175. Two guys with a dog ran across the crossing under there. Just like giving me a big one, I mean, who do you know? I'm just trying to smoke my foot. It's idling for a while, it's smoky, but it clears out. Fucking clean if you ask me. It's quite a good one, this is a very full one. I don't know, here's one of the bad ones. This is a lot of work there. I think actually, more of a thing about it. Caneel's the best place for the crossing load. Because then, we can set up a deco there and... That'd be a caneel, man. That'd just relieve people that caneel drive up. Oh, then you can relieve the caneel. Come back down. Like the baby drivers do on the shite down there. You'll be top-line, man. I'll be top-line, man. Step on, step off. Fuck. Alright, very good. Well done. Excellent. Are you getting us swearing by any chance now? Pardon me? Are you catching us swearing by any chance? Oh, yes. The whole lot. I'll kick it in brown drinking vimshers later on, okay? I'll kick it in brown drinking vimshers later. Like T-vives. Oh, you're too quick. I'm going to get freight lights, I'm going to get one of these. I'm going to get me one of these. Dann geben wir eine Joke. Oh, nein. Das wird auf dich all das. Das ist eine Pläne. Ich werde das gleich mit 25. Das wäre schön. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ein V-form Fils. Die Lauf-N-Down-Engine Das ist ein Verlangenes Sieh, Luke! Ja, auf geht's! Das war's für heute. Das war's für heute. Wirklich Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja. Komm her off now? Komm her off. ESD, die Back Engine. Guck her. Guck her. Guck her. Guck her. It's a fucking moment I'm going to lose your lucky man. Hold up. Guck her. Guck her. Guck her. Guck her. Guck it nice bit ago. This comes a cale. I wouldn't follow them. Das hat ein guter Wettbewerb, gut für Sonne, nicht nur eine Notche, sondern nur ein 5m. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut, da. Ja, das ist wirklich gut. 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 Das ist ja auch gut, aber es gibt einen guten Stöhnen. Das ist gut. Das ist gut. Bis zum nächsten Mal. Das ist wirklich gut, wenn man vor dem Nachfragen. Das ist wirklich gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist okay. Es ist gut. Es ist gut. Du kannst nicht wissen, wie es geht. Ja, du kannst nicht wissen, wie es geht. Es ist nur ein paar Dinge, die sich nicht gut an. Die Leute, die Leute sind gut an. Du kannst es vielmals machen, wie wir es machen. Wir können die Winde durch die Butterfly, die Passcombe, die Brakes auf, die die Schmerzen auf. Ja, 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 ja.